Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris und ich heiße euch willkommen zur nächsten Runde Supremacy 1914 hier auf meinem Kanal. Heute wieder auf der 500er Karte mit Nordalgerien. Und wir starten wie gewohnt erstmal in der Zeitung. Und zwar haben wir uns hochgekämpft, inzwischen auf Platz 87. Ich zeige euch auch gleich direkt woran das liegt. Wir sind aktuell an Tag 13 und das erst ganz knapp, erst seit knapp 2 Stunden, also alles noch ganz frisch. Ressourcentechnisch und Geldtechnisch sieht alles ganz okay bei uns aus. Und jetzt schauen wir mal, was sich die letzten Tage getan hat. Und zwar habe ich Brachihal Richtung Süden expandiert. Also Südmarokko ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Und wurde zu großen Teilen von mir komplett übernommen und einverleibt. Ich verschiebe auch gerade meine zweite Artillerie Richtung Westen und werde dann auch hier oben anfangen einmarschieren. Und dann sowohl hier unten platt machen als auch da oben, sodass uns wahrscheinlich in ein, zwei Tagen dann auch das ganze Gebiet hier gehört. Und wir dann Pläne schmieden können, wie es weitergehen kann. Also im Gegensatz zu der letzten Runde auf der 100er Karte mit Britisch-Pakistan, finde ich, schaffen wir hier einen viel besseren Start ins Game. Und stehen auch besser da. Und ganz nebenbei ist unsere Koalition auch auf Platz 1 zum aktuellen Zeitpunkt mit 52 Punkten. Und hier unten sehr präsentativ und hat hier den Krieg angefangen gegen Bambusa und Beate, also die Account-Sharer, die wir hier auf der Map hatten. Also auch das läuft gut und da hat uns keiner was entgegenzusetzen. Hier, er ist jetzt leider doch inaktiv gegangen, Silberfuchs oder wie auch immer er hieß, also ist jetzt doch schlussendlich rausgeflogen. Dafür haben wir hier drüben einen neuen Partner bekommen, Thomas, der auf der Höhe Japan und Co. und südlich davon, äh südlich von Japan und Co. entsprechend schon fast alles eingenommen hat, was es an Inseln gibt. Wir stehen richtig gut da, haben mittlerweile unsere zweite Artillerie. Ich glaube, wir kriegen gleich sogar noch eine. Ja, in einem Tag und zehn Stunden kriegen wir noch eine Artillerie. Und hier ist auch in 15 Stunden unsere Fabrik fertig, sodass wir dann anfangen können, Schiffe zu bauen. Und ich beginne mit Eisenbahn hier langsam aber sicher mein Gebiet auszustatten, um dann das Einkommen zu erhöhen. Parallel verkaufe ich immer gerne ein bisschen Getreide oder Fisch, wenn uns das möglich ist, um mein Geld hochzuhalten, sodass wir uns mit Holz und Stahl und Öl eindecken können. Die Ressourcen Kohle und Gas dürften sich die nächsten Tage beruhigen. Wir haben hier eine Prozenz eingenommen mit Zielmoral 94 und hier noch zwei Gasprovinzen. Das heißt, muss ich mal kurz Luft holen, ich rede viel zu schnell. Das heißt, auch die werden wir einnehmen und dann müssten wir tatsächlich überall im Positiven sein und können unser Geld dann tatsächlich ins Bauen, Einkaufen, Investieren, ohne noch was ausgleichen zu müssen. Also läuft es hier tatsächlich ganz gut. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren ja mitteilen, was ihr als nächstes angreifen könnt. Und ich bin mir aktuell noch nicht so sicher, ob ich nach dem Schwenker hier mit Südmarokko erstmal Richtung Osten gehe und mir diese Enklaven hier auch noch einverleibe und mir dann quasi der ganze nördliche Kopf geht und mir hier auf der Seite nicht mehr in den Rücken fallen kann und mich dann Richtung Süden arbeite. Oder ob ich direkt weiter, vielleicht hier durchbreche Richtung Süden und direkt die Verbindung zu meiner Koalition suche. Da könnt ihr mir ja mal mitteilen, wie ihr das machen würdet. Auch wenn dieses Let's Play hier ein bisschen aufgezeichnet wird und ich wahrscheinlich schon ein klein wenig weiter bin, wenn ihr das dann schlussendlich zu Gesicht bekommt. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich immer über Feedback und freue mich, dass ihr so zahlreich einschaltet und wir sehen uns mit Sicherheit in Kürze dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Chris.